servus freunde und herzlich willkommen bei einem neuen video ich habe auf jeden fall vor in der city dafür zu suchen ein paar menschen zu sehen und ein paar menschen anzusprechen ich hoffe aber auch dass es wirklich so meinen vorstellungen entspricht und das auch wirklich so funktioniert und die leute mir nicht böse sind für sie aber gut zu wissen dass wir dachten ich bin deren sohn ich bin nicht euer sonn oh yeah dein blinker ist an dann ein blinker eine gute tat erfolgreich beendet schöne biker braut mit dreads wo die auch sehr nice bruder der hat ja richtig bock der hat ja richtig bock ich weiß nicht warum er nicht warum er jetzt neben mir ist aber ich glaube er mag mich nicht ich will auch gar nicht hingucken freunde ich will gar nicht hingucken wo ich hole lieber ab bevor er mich fickt der geile hengst oh nee warum schon wieder gelb warum immer gelb bruder warum immer gelb ich hasse gelb denn dann werden sie rot und das gefällt mir leider nicht so gut richtig bruder kann das jetzt mal wieder grün werden am inneractic denn du schwein. Brudi, ich muss los, wenn mein Roller wieder schreit. Dankeschön. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Leute, denen man was schenken kann. Die Chopper Braut. Ich will ihr ein Entchen schenken. Ich habe noch ein blaues. Warum habe ich nur ein blaues Entchen? Dein Blinker ist immer noch an. Blinker! Blinker! Darf ich dir ein Entchen schenken? Dankeschön. So eine süße Brudi, sie liebt mich. Sie fühlt mich so toll. Bruder! Bro, was up, man? Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt wirklich noch so ein paar Chayas klären kann, finden kann. Ein paar hübsche, volljährige Chayas. Ich glaube nicht, dass ich diese noch finden werde heute. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, Freunde. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!